Warum nennt man die Yui eigentlich auch Teppichklopfer? Die Bell UH1D hat ihren besonderen Spitznamen, ihrem Sound zu verdanken. Dieser hört sich nämlich aufgrund des sogenannten Blade Vortex Interaction Noise an, als würde man einen Teppich ausklopfen. Dass dieses Geräusch bei der Yui so ausgeprägt ist, liegt an ihrem besonderen Zweiplatzsystem. Und hier seht ihr den Nachfolger vom Teppichklopfer. Helicopterum erklärt.